Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Das neue Jahr ist noch frisch und mit welchem Thema könnte man da besser starten? Wir sprechen heute über Steuern. Dazu habe ich Melchior Neumann von der Contest Steuerberatung zu Gast. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal den Zuhörern vor. Ja, sehr gern. Schön, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier bin. Ja, genau. Ich bin Melchior. Ich komme tatsächlich eigentlich aus der Steuerberatung. So traurig, wie es klingt. Es liegt aber insbesondere deswegen, weil ich erst selbstständig war und irgendwann gemerkt habe, vielleicht sollte ich ein bisschen mal das lernen, das Handwerk lernen, das ganze Zahlenwerk. Das, was alle Selbstständigen hassen, sollte ich vielleicht vorher beherrschen. Deswegen bin ich eigentlich in der Steuerberatung angefangen, eine Ausbildung gemacht, habe auch ein Studium an der Fernuni gemacht mit Schwerpunktsteuerrecht und Wirtschaftsprüfung und war viele Jahre selbstständig und habe jetzt, einer meiner größten, wichtigsten Kunden war immer Contest, das Bankkonto-Konto, also ein Geschäftskonto für Solo-Selbstständige, hat schon so eine Steuerfunktionalität, weil es Selbstständigen immer ihr Netto anzeigt, wie viel Geld eigentlich auf dem Konto eigen selbst gehört. Das ist als Angestellter immer sehr einfach, als Selbstständiger immer super kompliziert. Und vor zwei Jahren haben wir die Contest Steuerberatung gegründet. Das heißt, jetzt gibt es nicht nur Contest Bankkonto, sondern auch noch im Bankkonto quasi den angeschlossenen Steuerberater, der einem bei allen Steuerthemen helfen kann. Und das Ganze habe ich mitgegründet und das ist jetzt so das, was ich gerade mache. Ja, super interessant. Das ist ja auch so der Weg, wie wir uns hier, ich sage mal, kennengelernt haben. Denn seit ich Aktienkram im Nebengewerbe mache, habe ich auch mein Geschäftskonto bei Contest. Und zukünftig möchte ich mir hier auch unbedingt noch das Steuermodell oder den Steuerservice anschauen. Und in der Community habe ich auch häufig gemerkt, dass hier der deutliche Wunsch besteht, das Thema einmal ausführlicher zu behandeln. Ich hatte hier verschiedene Fragerunden gemacht bei Instagram. Hier wurden einfach immer sehr viele steuerliche Themen angefragt. Und da dachte ich mir, du bist der perfekte Ansprechpartner für all diese Fragen. Deswegen freut es mich auch sehr, dass das heute klappt. Und wir können dann auch direkt starten, denn ich habe alle möglichen Fragen notiert, die ich dir heute stellen möchte. Insgesamt sind es, glaube ich, zwei DIN A4-Seiten geworden. Die schaffen wir wahrscheinlich nicht alle in der heutigen Folge. Aber wir starten erst einmal mit den allgemeinen Themen und allgemeinen Fragen. Auch so ein bisschen das Thema als Azubi oder als Student und gehen dann auch noch auf Aktien und ETFs ein. Und die erste Frage wäre aber der Klassiker. Wie kann man denn am besten Steuern sparen? Oder wie kann man vielleicht als Angestellter den ein oder anderen Tipp oder Hinweis mitnehmen aus dieser Folge, dass man in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr dann direkt umsetzen oder anwenden kann? Das ist eine gute Frage. Wenn man irgendwas mit Steuern macht, gibt es so zwei Fragen, die man immer hört. Wie kann ich Steuern sparen? Und kannst du meine Steuererklärung machen? Das sind so die häufigsten Fragen, die ich in meinem Leben gestellt bekomme. Grundsätzlich muss ich sagen, es kommt natürlich immer sehr darauf an, welche Einkunftsarten man hat. Im Einkommensteuergesetz gibt es ja insgesamt sieben Einkunftsarten. Klar kann ich Immobilien haben und vermieten und sowas. Aber die allermeisten Deutschen sind ja irgendwie angestellt. Und für alle Angestellten kann ich schon mal sagen, dass das Beste natürlich, um Steuern zu sparen, ist überhaupt erst mal die Steuererklärung zu machen. Statistisch gesehen ist die, also die Durchschnittserstattung liegt bei über 1000 Euro pro Steuererklärung. Das heißt, es lohnt sich in der Regel eigentlich immer eine Steuererklärung zu machen, gerade weil es inzwischen auch echt super smarte Tools gibt, wo man alle seine Zahlen eintragen kann und schon sieht, wie viel man quasi an Steuern zahlen muss oder erstattet bekommt. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man es auch abschickt, weil man als rein Angestellter auch gar nicht verpflichtet ist, sie abzugeben. Von daher ist das immer möglich. Grundsätzlich, was immer super interessant ist, es wird bei dir ja genau der gleiche Fall sein, du hast einen Hauptjob und nebenberufliche Selbstständigkeit. Weil durch eine Selbstständigkeit gibt es halt noch so viel mehr Möglichkeiten, was man alles absetzen kann. Das heißt, man kann unterschiedliche Einkunftsarten miteinander verrechnen. Wir kommen mit Sicherheit nachher, wenn wir über Aktien und so weiter reden, auch noch über Verlustverrechnung. Bei Aktien ist es leider so ein bisschen eingeschränkt und auch bei ETFs. Aber bei anderen Einkommensarten, wie zum Beispiel Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit, da kann ich zum Beispiel mein Einkommen aus dem Angestelltenverhältnis mit einem Verlust aus einer nebenberuflichen Selbstständigkeit miteinander verrechnen und da erheblich Steuern sparen. Ich habe das drei Jahre lang gemacht und habe nur investiert mit meiner Selbstständigkeit und immer Verluste gemacht und jedes Jahr wirklich eine hohe Steuererstattung bekommen, weil die Steuern aus meinem Angestelltenverhältnis ja immer schon in meiner Gehaltsabrechnung abgezogen worden sind. Das heißt, ich habe jedes Jahr was wiederbekommen. Und ansonsten so als klassischer Angestellter würde ich sagen, es gibt eine ganze Reihe Dinge, die man absetzen kann. Ganz normal als Werbungskosten. Werbungskosten sind quasi die Kosten, die man denn absetzen kann, die irgendwie im Zusammenhang mit der Arbeit sind. Das sind so die klassischen Fahrtkosten, aber auch Fortbildungskosten. Die sind Fachliteratur, eventuell ein Zweitstudium und all solche Sachen kann man absetzen. Und ich habe auch erzählt, ich habe studiert, ich habe in einer Fernuni studiert, berufsbegleitend, ich habe vor meiner Ausbildung gemacht. Das heißt, ich konnte sämtliche Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit diesen Studium lagen, konnte ich alles absetzen, inklusive Fahrtkosten, Prüfungskosten, Prüfungsgebühren, also die Studiengebühren und alles das Zeug. Das waren auch nochmal ein paar Tausende. Das heißt, gerade Leute, die sich weiterentwickeln wollen und sich fortbilden wollen, um in Zukunft noch mehr zu verdienen, das ist in der Regel steuerlich sehr unterstützt und alles absetzbar. Der Staat denkt da auch in erster Linie an sich selbst, weil der weiß, wenn Leute in ihre eigenen Wachstum, eigene Bildung investieren und später mehr verdienen, bekomme ich in Zukunft von denen halt auch mehr Steuern. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum das so begünstigt ist. Deswegen würde ich jedem grundsätzlich immer empfehlen, welche Kosten hat man in Verbindung mit seiner Arbeit. Und gerade in Corona ist es vielleicht nochmal ein bisschen mehr, wenn man zu Hause nochmal einen Bürostuhl kaufen musste oder einen neuen Laptop und so weiter. Und die kann man alle in die Steuererklärung packen. Ja, gerade das mit dem Thema Fernstudium kann ich auch so bestätigen. Habe ich auch selbst zum ersten Mal jetzt letztes Jahr bei meiner Steuer angegeben. Und das war auch kein Thema. Also auch die monatlichen Gebühren oder Fahrtkosten. Wobei es da auch nur eine Veranstaltung gab wegen der Corona-Einschränkungen. Und ja, das hat tatsächlich besser geklappt, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin aber generell auch eher so ein Kandidat, der dann eher unsicher ist und auch besorgt ist schnell, ob das alles so geklappt hat mit dem Angeben. Und das führt im Prinzip auch gleich zu der nächsten Frage. Also was würdest du sagen, als jemand, der sich auskennt, ab wann macht es Sinn, vielleicht einen Steuerberater zu haben? Ich persönlich habe jetzt beispielsweise noch keinen. Also ich mache alles noch selbst und habe da aber auch oft schon das Gefühl, das ist schon sehr viel Recherche, die man aufwenden muss. Häufig findet man im Netz zum Beispiel auch veraltete Informationen oder vielleicht nicht mehr aktuelle Themen. Und die ganze Zeit, die man investieren muss, um herauszufinden, wo gebe ich das an, in welche Zeile in der Steuererklärung gehört das, welche Sonderregelungen gibt es vielleicht, nützliche Tools hin oder her. In meinem Empfinden ist das trotzdem alles relativ kompliziert und auch zeitintensiv. Also das Thema Studium angeben, das ist noch machbar aus meiner Perspektive, aber gerade auch mit dem nächsten Thema Nebengewerbe und so weiter, da finde ich es schon sehr umfangreich, wenn man vorher noch nie sowas gemacht hat oder in Anführungszeichen nur das Angestelltenverhältnis bisher kannte, dass man da schon das Gefühl hat, vielleicht sollte ich mich langsam umschauen nach einem Steuerberater. Kannst du da grundsätzlich sagen, ab einem Zeitaufwand von x Stunden macht es Sinn, sich an eine Steuerberatung zu wenden, zumal man, glaube ich, auch die Kosten da steuerlich dann wiederum ansetzen kann als Ausgaben? Also ja, das ist natürlich immer so sehr individuell. Ich würde grundsätzlich immer sagen, okay, wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema und wie ist deine Steuererstattung? Das ist ja quasi dein Stundenlohn. Wenn ich jetzt drei Stunden dafür arbeite, um 1.000 Euro Steuererstattung zu bekommen, dann sage ich, okay, das ist ein Stundensatz von 350 Euro, das war ganz gut investiert, das kann ich selten woanders abrechnen. Deswegen, es kommt immer ein bisschen darauf an, auch wie viel neu ist. Das heißt, wenn ich jetzt ganz normal angestellt bin und jedes Jahr das Gleiche habe, das ist auch, also ich persönlich, ich habe jetzt keine Partnerschaft mit denen oder so, ich bin ein großer Fan von Smartsteuer, da kopiere ich einfach das Vorjahr, gehe durch und passe die Beträge an, die ich da so habe, letztes Jahr, die Versicherungsbeiträge und so weiter und dann bin ich in einer halben Stunde durch. Das ist dann super ein, weil da brauche ich natürlich keinen Steuerberater für. Weil auch ein Steuerberater, Steuerberater rechnen immer noch so eine Gebührenverordnung ab. Es gibt tatsächlich eine Steuerberatervergütungsverordnung, die vorschreibt, wie viel ein Steuerberater mindestens abrechnen muss. Abgesehen davon, dass sie sich darauf natürlich gerne ausruhen und sagen, ich muss so viel abrechnen. Aber es ist natürlich, sie müssen tatsächlich einen gewissen Mindestsatz auch abrechnen. Und ich sage grundsätzlich bei Steuerberatern immer, Steuerberater kann dir Zeit sparen, kann dir Geld sparen, also indem man einfach weiß, was man noch mehr absetzen kann und vor allem Stress. Weil, also es klingt ein bisschen blöd, aber ich persönlich mag das auch überhaupt nicht für mich zu machen. Ich habe selbst auch noch, ich habe insgesamt in vielen Jahren schon selbstständig gewesen, habe drei Unternehmen und habe auch überall einen Steuerberater, weil ich selbst das nicht mag, das für mich zu machen. Ich mache das beruflich gerne für andere. Das ist auch irgendwie einfacher. Aber so selbst bin ich froh, wenn ich da jemanden Dritten habe, der quasi drüber schaut. Und ich würde sagen, es ist immer so der Zeitaufwand. Wenn man selbstständig ist, dann explodiert der Aufwand. Das wirst du bestätigen können, weil dann hast du Buchhaltung und noch viel mehr, die du auch absetzen kannst, auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und so. Und tatsächlich, wenn man selbstständig ist, würde ich sagen, lohnt sich das eigentlich fast immer. Für das andere hast du recht, gerade wenn man googelt, ist das so ein bisschen blöd, weil die Zahlen, also Steuergesetze verändern sich halt auch laufend. Und wenn man dann was findet, was drei Jahre alt ist, dann ist das halt leider häufig auch nicht mehr so ganz aktuell. Deswegen ist es immer so ein persönliches Empfinden. Ich mache jetzt einfach Eigenwerbung. Wir veröffentlichen tatsächlich, ich habe einen YouTube-Kanal oder wir von der Steuerberaterung haben einen YouTube-Kanal, wo wir ganz viel Zeugs erklären und ganz viele Playlists haben zu bestimmten Einkunftsarten und so weiter. Und wir nehmen die Videos tatsächlich auch einfach wieder offline, wenn sie nicht aktuell sind. Das heißt, wenn man da eine gute Quelle hat, dann kann man sich da auch reinarbeiten. Dafür muss man natürlich auch die Lust irgendwie haben. Andere Seite, die auch sehr gut ist, gerade für Angestellte, ist die Seite des Lohnsteuerhilfevereins. Das heißt, man muss ja nicht zwingend einen Steuerberater haben. Man kann auch zum Lohnsteuerhilfeverein gehen. Die sind meistens günstiger. Und tatsächlich ist die Webseite auch immer aktuell und auch verständlich. Das ist so, als die Quelle überhaupt für Steuerwissen, sage ich immer, guck mal als erstes mal auf den Lohnsteuerhilfeverein rauf. Das gilt dann aber nur für Angestellte, weil Lohnsteuerhilfevereine, die dürfen gesetzlich keine Selbstständigen machen. Das heißt, sobald man selbstständig ist, ist man da wieder ein bisschen auf sich selbst gestellt. Und da würde ich sagen, okay, da macht ein Steuerberater schon Sinn. Davon ausgenommen sind, und solche Leute kenne ich, die mögen das, die mögen sich da reinfuchsen und so weiter und in die Tiefe gehen, macht es. Es kann nicht schaden, darüber selbst auch anzuhalten. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz eindeutend. Also bei mir war das auch meine erste Steuererklärung, die ich jemals gemacht habe, glücklicherweise ungefähr drei Jahre, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte. Da habe ich mich dann damit beschäftigt und dann auch noch vier Jahre rückwirkend machen können. Das war ja immer so, dass man im Internet oft diesen Mythos gelesen hat, ja, das lohnt sich total, weil du dann viele Zinsen vom Finanzamt bekommst. Und dann musst du nur darauf achten, dass du das dann in der nächsten Steuererklärung auch wieder angibst, also dass du die Zinsen erhalten hast und so weiter. Ich habe die erste Steuererklärung selbst tatsächlich auch in Begleitung von einem ausführlichen YouTube-Video gemacht. Das war so ein Kanal, ich glaube, der macht jetzt leider keine Videos mehr, aber der hat im Prinzip einfach abgefilmt seinen Bildschirm und dabei die Steuererklärung ausgefüllt und dann Step für Step gezeigt, was man wo eintragen muss. Und ja, da konnte man im Prinzip nichts falsch machen, aber dennoch musste man sich eben damit beschäftigen und auch die Zeit dafür haben und vielleicht auch die Lust dafür haben, sich damit zu befassen. Und ja, wie du schon sagst, es gibt auch einige Programme, die einem das erleichtern sollen. Ein kleiner Punkt dazu, gerade weil du es erwähnt hast, dass mit den Zinsen alle, die den Podcast jetzt hören, ich muss euch leider enttäuschen, das Bundesverfassungsgericht hat letztes Jahr im August gesagt, weil das Finanzamt hat tatsächlich 6% Zinsen gezahlt, aber auch verlangt, sie sind verfassungswidrig, das heißt, sie sind gekippt worden. Da wird es dieses Jahr tatsächlich eine Neuerung geben und das allgemeine Zinsniveau ist halt deutlich unter 6%. Und es gibt ja keine sichere Anlage als eine Steuererstattung, die mit 6% für Zins wird. Das haben dann auch viele Leute ausgenutzt, aber auch das Finanzamt hat immer 6% genommen und das ist halt einfach nicht mehr marktgerecht. Und deswegen werden die 6% tatsächlich deutlich nach unten angepasst, wahrscheinlich dieses Jahr. Okay, das ist eine gute Info, aber ich darf das jetzt leider auch nicht mehr machen. Also seit 2 Jahren jetzt muss ich die auch jährlich abgeben, aber damals, ich glaube, das war vor 6 Jahren oder wann, da ging das noch und war so cool. War auch echt ein guter Steuertipp, aber es funktioniert leider seit Mitte letzten Jahres nicht mehr. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage aus der Community, die speziell jetzt gestellt wurde zum Thema Abfindung. Und zwar hat mir jemand geschrieben, er hat eine Abfindung erhalten und weiß nicht, wie er jetzt korrekt da vorzugehen hat. Also wie gibt man das bei der Steuererklärung an oder gibt es Dinge, auf die man vielleicht achten kann? Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche Höhe die Abfindung hatte oder wie auch sein Einkommen ist, aber kann man da generell sagen, es gibt etwas, was man beachten sollte? Ja, Thema Abfindung. Ich glaube, das gab es in den letzten Jahren sowieso ein bisschen häufiger, weil aufgrund Corona so ein paar Entlassungen auch einfach da waren. Grundsätzlich ist schon mal die Frage ganz gut, weil das Bewusstsein offensichtlich da ist, dass es versteuert werden muss. Das heißt, es muss selbstverständlich versteuert werden. Das heißt, man muss erst mal Steuern darauf zahlen. Krankenversicherung, Sozialversicherung ist da bei dem Thema kein Thema. Das Problem ist so ein bisschen, einmal muss man Steuern darauf zahlen und wenn man zumindest eine relativ hohe Abfindung bekommt, zieht es natürlich das gesamte Einkommen in dem Jahr nach oben. Und wir haben in Deutschland so einen progressiven Steuersatz. Das heißt, je mehr man verdient, desto höher ist auch der Prozentsatz, den man an Steuern abzahlen muss. Und deswegen sind Jahre mit Abfindungen meistens echt ärgerlich, weil man auf jedes Alles-Einkommen dann mehr Steuern zahlen muss. Das heißt, die Progression, also der durchschnittliche Steuersatz auch in allen anderen Monaten ist deutlich höher. Da gibt es aber tatsächlich eine Regelung, dass das abgemindert wird. Das heißt, da gibt es so eine Fünftel-Regelung, dass quasi nur ein Fünftel der Abfindung tatsächlich dann den Steuersatz tatsächlich auch erhöht. Das ist einfach nur interessant zu wissen. Eigentlich, was ist eigentlich, der Arbeitgeber, der einen denn da entlassen hat, der muss sich um diese ganze Abrechnung kümmern und ist auch dafür zuständig, diese Fünftel-Regelung und so weiter zu prüfen. Man selbst für die Steuererklärung muss das in der ganz normalen Anlage zur Steuererklärung abgeben, indem man auch alles andere aus seinem Angestelltenverhältnis, also Anlage N für nicht-selbstständige Arbeit, gibt so ein Feld für Entschädigung. Da trägt man das ein. Wichtig ist nur, es muss unbedingt versteuert werden und es hat auch Effekt auf den durchschnittlichen Steuersatz für alles andere. Wenn man sich dann noch Fünftel-Regelung merkt und der Chef ist verantwortlich, da kann man mich vielleicht noch mal daran erinnern, wenn es vergessen wird. Aber das ist eigentlich alles, was man wissen muss und dann packt man das einfach ganz normal in die Anlage, wo auch das sonstige Gehalt eingetragen wird. Okay. Dann weiter zum Thema Schüler oder auch Azubis und Studenten. Also wir hatten ja am Anfang schon angesprochen, dass man da gewisse Werbungskosten möglicherweise angeben kann und da hatte ich auch konkret die Frage bekommen, als Azubi beziehungsweise Student, wie kann ich hier mein MacBook, das ich für das Studium angeschafft habe, am besten absetzen? Also wie macht man das und gibt es Grenzen oder kann man sagen, okay, ich brauche ein MacBook für 2.000 Euro für die Uni, kann ich das dann so angeben? Also grundsätzlich darf das Finanzamt jetzt nicht vorschreiben, worauf man schreibt. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche für meine Arbeit einen 2.000 Euro MacBook und so weiter, kann man das ohne Probleme machen. Wichtig ist bei MacBook erst mal, es muss abgeschrieben werden. Also in der Regel ist das dann halt, also man kann nicht den ganzen Preis sofort in dem gleichen Jahr tatsächlich absetzen, sondern man muss es über mehrere Jahre verteilen. So war es zumindest quasi immer. Wichtig aber bei dem ganzen Thema Studium und Ausbildung und so weiter ist tatsächlich, was für ein Studium das ist. Das heißt, es ist ein Erststudium, das heißt ein Bachelorstudium, kann, darf natürlich auch BWL sein, auch BWLer dürfen was von der Steuer absetzen. Das dürfen auch alle anderen. Nee, aber bei einem Erststudium kann man die Kosten leider nur sehr, sehr begrenzt absetzen. Das fällt dann unter Sonderausgaben in der Steuererklärung. Bei einem Zweitstudium und Zweitstudium ist nicht nur irgendwas anderes, war jetzt bei mir der Fall, ich habe eine Ausbildung gemacht und dann studiert. Das war ganz klar eine Zweitausbildung, aber auch ein Master zählt als Zweitausbildung, weil der Bachelor zählt als Erstausbildung und wenn man dann Master macht, dann ist es automatisch eine Zweitausbildung. Das macht das steuerlich sehr viel attraktiver, weil man dann über Werbungskosten gehen kann und bei dualen Studium auch sofort als Werbungskosten. Deswegen, das ist interessant, ist es ein Erststudium oder ein Zweitstudium und dann kann man das absetzen. Man muss dann halt schauen, okay, muss das eventuell abgeschrieben werden, was ich da mache, aber das kann man tatsächlich dann absetzen und was ich tatsächlich unseren Kunden auch immer sage, das Finanzamt ist keine Polizei, die dir vorschreiben, was du für deine Arbeit brauchst und was nicht. Natürlich, wenn man da jetzt, keine Ahnung, einen Bürojob hat und dann so einen Riesengaming-PC für 15.000 Euro kauft, dann ist das Finanzamt zu Recht irgendwann skeptisch und sagt, naja, ich glaube nicht, dass du das in erster Linie für die Arbeit gekauft hast, aber bei einem MacBook gibt es da keine Probleme. Ah, okay. Wobei man sich ja da auch wieder überlegen könnte, ob man nicht ein Nebengewerbe starten möchte und da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Grenzen, aber man könnte ja beispielsweise Twitch-Streamer sein und da wiederum wäre dann ein richtig ordentlicher PC ja quasi eine Betriebsausgabe, oder? Absolut. Vor allen Dingen gibt es da deutlich weniger Regelungen. Deswegen ist gefühlt mein Nummer-eins-Steuertipp sowieso, jeder, für den das irgendwie in Frage kommt, auch selbst was zu machen, macht euch selbstständig, auch wenn ihr wirklich die ersten 1, 2, 3 Jahre Verluste macht. Wenn ihr auch Streamer werden wollt und die Absicht habt, damit tatsächlich auch langfristig Gewinn zu machen, ist das überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr auch euren 15.000 Euro PC, wenn ihr dann das Geld habt, als Betriebsausgabe absetzen. Das definitiv wichtig ist, da muss grundsätzlich eine Gewinnerzielungsabsicht sein. Es reicht nicht aus, einfach nur quasi zum Fake eine Selbstständigkeit anzumelden und nie vorzuhaben, da tatsächlich irgendwie Gewinne zu erzielen. Da wird das Finanzamt auch irgendwann hinkommen und das Passwort, was da dann immer fällt, ist Liebhaberei, weil das Finanzamt möchte keine Hobbys subventionieren. Wenn ihr aber plant, tatsächlich nächstes, übernächstes Jahr damit irgendwann mal Gewinne zu machen, könnt ihr auch heute schon Ausgaben haben und die steuerlich Geld machen. Und das tatsächlich, da habt ihr auch viel, viel mehr Möglichkeiten als das Angestellte. Oder als normaler Student, also Angestellter heißt, ein Zweitstudium oder ein duales Studium ist dann steuerlich behandelt wie so ein Angestellter. Das heißt, es sind Werbungskosten. Das haben wahrscheinlich einige Studenten auch schon gehört. Wenn man gar keine Einnahmen hat, kann man auch trotzdem Kosten absetzen und quasi Verluste aufbauen, die man in den Folgejahren verrechnet. Das heißt, eine Steuererklärung für Studenten ergibt ganz, ganz häufig Sinn. Ah, okay. Ja, das habe ich auch schon hier und da immer mal gelesen. Also gerade jetzt mit dem Thema Auslandssemester zum Beispiel, dass man da deutlich andere Kosten oder auch viel mehr Kosten hat und das dann im Prinzip bei der Steuererklärung auch als Verlustvortrag, glaube ich, dann angeben kann. Ja, genau. Das heißt also, nur um das kurz zu erklären, wenn ich Verluste mache, insgesamt Verluste mache mit meinen Einnahmen, keine Ahnung, ich bin Student, verdiene nichts nebenbei, sondern habe das Geld halt irgendwie, keine Ahnung, geerbt oder von den Eltern bekommen oder wie auch immer. Aber ich habe gar keine Einnahmen, aber insgesamt 5000 Euro Kosten gehabt. Dann habe ich ja 5000 Euro Verlust gemacht. Die kann ich quasi vortragen. Wenn ich eine Steuererklärung mache, dann kann ich die 5000 Euro mit in die Zukunft nehmen und kann das auch über Jahre aufbauen. Also ich kann auch drei oder vier Jahre jeweils 5000 Euro Verluste machen und in dem ersten Jahr, in dem ich dann Gewinne mache, kann ich diese Verluste dann quasi verrechnen und muss das dann entsprechend weniger Steuern zahlen. Und das ist natürlich sehr interessant. Ja, das ist, also gefühlt kommt man viel zu spät mit diesen ganzen Themen in Berührung. Also bei mir war das auch genau das Gleiche, so in der Ausbildungszeit damals, da hätte ich jetzt nicht gewusst, dass ich meinen Laptop, den ich mir gekauft habe, für die Ausbildung quasi, auch hätte steuerlich geltend machen können oder auch die Fahrtkosten zur Berufsschule und solche Dinge. Also ich glaube, da habe ich auch selbst ein bisschen was liegen gelassen, einfach weil ich es nicht wusste oder auch mich nicht damit beschäftigt habe. Also da kann man wirklich nur hoffen, dass sich die aktuell junge Generation vielleicht da etwas mehr mit beschäftigt. Also hoffentlich erreicht der Podcast auch eine jüngere Zielgruppe. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber ist absolut so. Also bei mir, kein Mensch hat in der Ausbildungszeit sich über das Thema Steuern unterhalten. Also als Azubi damals eigentlich unvorstellbar, dass man sich darüber bespricht. Auch wenn man zum Beispiel seine Fachbücher eigentlich alle auch hätte angeben können. Also ich weiß nicht, ob das heute anders ist, aber wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Diesen Podcast hören. Generell finde ich so ein Crashkurs, ich würde sagen, allgemeine Lebensführung, Erwachsenenleben in der Schule wäre halt mal sinnvoll. Ganz ehrlich, wer weiß ernsthaft, wenn er einen Job hat, seinen ersten Monat hat und auf sein erstes Gehalt wartet, wie viel er genau bezahlt bekommt. Also die meisten wissen das halt nicht. Die sehen das denn mit der ersten Gehaltsabrechnung und sind enttäuscht, dass so viele Abzüge da sind, obwohl man so einen schönen hohen Betrag im Vertrag stehen hat. Und das, also da ist tatsächlich, es ist Steuern und Versicherung, ich finde auch Selbstständigkeit, das sollte, das muss in der Schule irgendwie zumindest Crashkurs mäßig einmal vorbereitet werden. Das ist eigentlich ein Unding, dass ich irgendwie mit komplexen Zahlen rechnen kann und nicht wusste, welche Versicherungen ich brauche oder wie ich mein Geld manage oder welche Steuerarten ich zahlen muss. ist halt so ein bisschen an der Lebenswirklichkeit vorbeigebaut, dieses Schultes. Ja, das stimmt. Also gerade, wenn man ja in die Berufsschule geht, würde man ja eigentlich meinen, dass man diese Themen da auch lernen sollte. Also es gibt bestimmt auch Positivbeispiele, aber aus meiner Erfahrung oder bei mir war das 0,0 der Fall. Ja, auch nicht. Auch selbst wir als Steuerfachangestellte, wir haben das zwar theoretisch gelernt, aber keiner hat uns gesagt, wie wir es am besten machen. Also das ist halt so ein kleiner Teil, weil die meisten Mandanten sind halt Unternehmen. Das heißt, du lernst die ganze Zeit, wie du Unternehmen Buchhaltung und Steuererklärung machst und so und keiner sagt dir nur einen Satz dazu, wie du es selbst machst. Ich promote den Podcast auf jeden Fall, damit den möglichst viele junge Leute auch anhören. Dann würde ich sagen, wir gehen auch über zu den Themen Aktien und ETFs. Das ist ja so das Hauptgebiet, wo wir eigentlich hin möchten. Natürlich wollen wir, dass möglichst viele Leute ihr Geld investieren, gerade auch mit Hinblick auf die zu erwartende Rentenlücke und was uns da vielleicht später noch so bevorsteht. Wie wir wissen, kann man das gut mit privater Vorsorge in Aktien und ETFs machen. Und die erste Frage dazu ist so eine kleine Mischung aus Schüler-Studenten-Azubi-Frage. Und zwar geht es darum, angenommen, man verdient als Schüler unterhalb des Grundfreibetrages ab dem Steuern gezahlt werden und man hat ein Aktiendepot, mit dem man über die Freigrenze von 801 beziehungsweise bald 1000 Euro kommt, kann ich dann von den Steuern, die ich auf den übrigen Betrag gezahlt habe, trotzdem etwas absetzen und wiederbekommen. Also zum Beispiel Fahrtkosten oder Materialien. Ja, also grundsätzlich ist dieses, was ich gesagt habe, mit Werbungskosten und Laptop-Absetzen und Fahrtkosten und so weiter, das ist bei Kapitaleinkünften, also ich rede mal rein klassisch von Aktien oder Aktien-ETFs, geht das nicht. Der Gesetzgeber hat deswegen diese 800 einbeziehungsweise 1000 Euro quasi eingeführt, damit es so pauschal gemacht wird. Aber dieser Grundfreibetrag ist ja der Betrag, den man in der Einkommenssteuer überhaupt nicht versteuern muss. Das heißt, der ist für jeden steuerfrei. Der ist jetzt dieses Jahr bei auch 10.000 Euro ungefähr, also 9.984 Euro genau, hat jeder steuerfrei. Und wenn ich jetzt mal hingehe und sage, ich habe sonst gar kein Einkommen oder als Azubi vielleicht, wenn ich mir zurücküberlege, was ich damals verdient habe, ich glaube im ersten Ausbildungsjahr, und jetzt fühle ich mich richtig alt, weil ich sage, weil heute verdient man nicht mehr so wenig, habe ich 440 Euro im ersten Ausbildungsjahr bekommen. Das mal 12 ist nicht so richtig viel. Das heißt, da war ich unter 6.000 Euro insgesamt im Jahr aus einem Angestelltenverhältnis. Wenn ich jetzt noch 3.000 Euro aus Aktien verdient hätte, wäre ich ja quasi über den Sparerpauschbetrag und dann hätte ja mein Depot, meine Bank, hätte mir ja die Abgeltungssteuer abgezogen, die 25%. Und in diesen Fällen kann man tatsächlich seine Kapitaleinkünfte ganz normal in der Steuererklärung angeben und bekommt dann die Abgeltungssteuer einfach wieder. Das heißt, man kann das ganz normal seine Einkünfte da eintragen in der Steuererklärung und das ist immer dann sinnvoll, wenn der persönliche Satz unter 25% liegt. Das heißt, da müssen wir auch gar nicht nur auf den Grundfreibetrag schauen, wenn mein persönlicher Steuersatz vielleicht 20% ist, auch dann lohnt es sich, meine Kapitaleinkünfte alle, man kriegt ja so eine Bescheinigung vom Depot oder von der Bank, wenn ich die einfach in der Steuererklärung eintrage, weil dann habe ich ja 25% gezahlt, hätte aber mit meinem persönlichen Satz nur 20% zahlen müssen und dann kriege ich halt die 5% wieder. Das geht immer. Und anderer Punkt noch, wenn ich, also das ist so grundsätzlich, gilt für alle, also da gilt nicht nur der Grundfreibetrag, was aber auch on top interessant ist, ist, wenn ich tatsächlich drunter bin unter dem Grundfreibetrag, dann gibt es so ein, es nennt sich Nichtveranlagungsbescheinigung. Das heißt, ich kann mich ans Finanzamt wenden und denen sagen, ah, so sieht das aus, so viel verdiene ich, ich bin auf jeden Fall drunter und dann kann ich auch im Depot quasi schon mehr als 801 machen und habe die Abzüge gar nicht sofort. Dafür braucht man denn so diese, diese, diese Nichtveranlagungsbescheinigung. Die kriegt man, muss man sich ans Finanzamt wenden und so weiter. Das heißt, wenn man auf jeden Fall drunter ist, dann ist das definitiv auch eine Option und dann muss man halt danach im Zweifel keine Steuererklärung machen. Da muss man natürlich aber einen genauen Überblick behalten. Wir haben jetzt Anfang des Jahres, ich glaube noch keiner weiß, wie der Aktienmarkt sich dieses Jahr entwickelt und wie viel Einnahmen das denn dieses Jahr ist. Das heißt, da sollte man einen Blick drauf haben, weil auch das Finanzamt Zugriff auf die Daten hat. Das heißt, das Finanzamt weiß, wie viel ihr da verdient. Ihr habt ja überall beim Depot eure Steuerinformationen angegeben. Von daher hat das Finanzamt ist kein Weg, um Steuern zu hinterziehen, sondern man muss da dann schon sauber und korrekt bleiben. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man tatsächlich unter dem Grundfreibetrag ist. Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das war mir jetzt auch noch nicht so bewusst und das können wahrscheinlich auch einige für sich nutzen. Also wenn man früh angefangen hat mit dem Thema und dann vielleicht später im Studium, dann könnte das gut hinkommen. Auf jeden Fall. Entweder das oder auch so ein Übergangsjahr. Ich kenne auch einige Leute zum Beispiel, haben jetzt Angestelltenverhältnis und wollen gründen und haben im ersten Jahr sind halt einfach irgendwie noch in Vorbereitung und solche Sachen oder Übergangsjahr hatten ganz gut verdient, waren selbstständig, haben aufgehört und sind dann mit Kindern zu Hause und so. Das sind alles so Situationen, so ein Übergangsjahr oder Monate oder Kinder oder all solche Sachen, wo man dann einfach mal zwischendrin mal ein Jahr ganz wenig hat und vielleicht nur von dem lebt, was das Depot abwirft. dann kann das immer Sinn ergeben. Und die nächste Frage wäre, muss man grundsätzlich denn eine Steuererklärung machen, wenn man ETFs oder Aktien hat oder vielleicht auch, wenn man daraus Gewinne macht? Das ist immer ganz gut, weil es so schön leicht zu erklären ist. Die Abgeltungssteuer heißt Abgeltungssteuer, weil sie abgeltenden Charakter hat. Das heißt, ihr seid quitt mit dem Finanzamt abschließend. Deswegen heißt sie Abgeltungssteuer, weil es tatsächlich müsst ihr anschließend nicht mehr machen. Es gibt also zwei Haupteinkunftsarten, würde ich mal sagen, die relativ häufig sind, wo ihr keine Steuererklärung machen müsst. Das eine ist Aktien, ETFs und solche Sachen mit der Abgeltungssteuer und das andere ist Angestellt sein mit der Lohnsteuer. Alle anderen müssen dann immer laufen, also Selbstständige, Vermieter und solche, die müssen immer Einkommenssteuer, Vorauszahlung und so weiter machen. Das müssen Aktieninhaber und Angestellte nicht machen. Okay und die nächste Frage war dann, bis zu welchem Dividendeneinkommen oder sagen wir Einkommen aus Kapitalerträgen, gilt diese Nichtveranlagungsbescheinigung? Also gibt es eine Grenze, ein Limit, bis wohin man das nutzen kann? Wie würdest du das beantworten? Genau, das ist genau der Grundfreibetrag. Also wenn ihr im Rahmen des Grundfreibetrags seid, der jetzt 9.984 Euro dieses Jahr ist, der steigt jedes Jahr so an. Ich glaube, letztes Jahr war es glaube ich 9.700 irgendwas. Das heißt, es ist irgendwie angestiegen um 200 Euro oder so. So ungefähr jedes Jahr steigt das ein bisschen. Man kann sich merken, wenn man unter 10.000 Euro ist, dann ist das ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte pro Jahr. Auch da wichtig mit allen Einkommensarten und jetzt in diesem Jahr konkret 9.984 und dann ist das ein Thema. Okay. Die nächste Frage, die gestellt wurde, war dann, muss ich meine Dividenden angeben, wenn ich die 801 Euro noch nicht voll ausgenutzt habe? Können wir eigentlich tun und damit beantworten? Also grundsätzlich muss es überhaupt gar nicht angegeben werden. Hier möchte ich vielleicht noch dazu sagen, Voraussetzung bei all den Dingen, die ich gerade erzähle, ist, dass man einen Broker hat, der in Deutschland ist, der auch in Deutschland die ganze steuerliche Abwicklung macht. Ich kenne so ein paar Leute, die dann darauf abfahren, irgendwas Internationales fancy zu haben, weil sie vielleicht Aktien in der Regionalwährung kaufen können und da gibt es Vorteile und so weiter. Kann finanziell Sinn ergeben, steuerlich ist das ein Riesen-Pain, weil dann müsst ihr euch um die ganze Abwicklung kümmern. Das heißt, da gilt sowieso nochmal was ganz anderes, ist deutlich aufwendiger, aber grundsätzlich müssen Dividenden bei einem deutschen Broker sowieso gar nicht angegeben werden, auch wenn ihr deutlich über den 801 Euro seid, weil da dann halt die Abgeltungssteuer geht. Genau. Die nächste Frage wäre dann, da hat jemand nur Aktien und ETFs seit 2021 gekauft und hat ungefähr 1.000 Euro Kursgewinn, ob daraus Steuern anfallen, im Prinzip muss man sagen, der Kursgewinn an sich erzeugt erstmal keine Steuern, sondern erst der Verkauf, also die Realisierung der Gewinne erzeugt quasi die Steuern und da wäre es ja im Prinzip genau das Gleiche, also sobald man über diese 801 Euro kommt mit dem Gewinn, wird alles, was darüber ist, einfach pauschal mit den 25 oder 26,37, je nachdem, ob Soli und so weiter noch da eingerechnet wird, wird dann automatisch versteuert, richtig? Genau, also deswegen rein Kursgewinne überhaupt nicht, überhaupt komplett steuerfrei, ihr könnt damit ja auch erstmal nichts machen, sondern ihr müsst es ja erstmal umtauschen in Geld und dann wird geschaut, okay, habt ihr damit insgesamt Gewinn gemacht und wenn du jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr 1.000 Euro Gewinn gemacht hast, erstmal herzlichen Glückwunsch, kann ja sein, dass du dieses Jahr die 1.000 Euro wieder verlierst und dann, also passiert erstmal gar nichts, passiert erst beim Verkauf was, ist vor allen Dingen auch für die Leute interessant, die Geld, hat eingangs angesprochen, die das insbesondere für die Rente machen, das heißt, wenn ihr jetzt ein ETF kauft und den in 30, 40 Jahren wieder verkauft, müsst ihr euch über die nächsten 30, 40 Jahren über die Steuergrust keine Gedanken. Zum Thema ETFs, da haben wir auch noch oder im Vorgespräch so ein bisschen zum Thema Vorabpauschale, Teilfreistellung und so weiter gesprochen, das wäre vielleicht auch ein Thema, was wir nochmal in einer extra oder in einer eigenen separaten Folge behandeln wollen, weil da gibt es dann diese Unterschiede mit bei ETFs, wenn die mehr als 50% Aktien enthalten, werden sie nur zu 70% versteuert und so weiter, aber da, wenn ihr da konkret Fragen habt zu dem Thema, dann stellt die gerne, also egal auf welcher Plattform, ruhig bei YouTube in den Kommentaren oder auch einfach per Mail an podcast.aktiengramm.de, dann können wir das für diese Folge auf jeden Fall mit aufnehmen, das würde heute wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir das auch noch thematisieren, dann haben wir noch ganz kurz ein, weil ich die Frage immer komme, dass es ganz häufig in einen Topf geworfen wird, das gleiche gilt auch für Kryptowährungen, klammern wir so ein bisschen aus, Kryptowährungen sind nämlich keine Kapitaleinkünfte, nach dem Einkommenssteuergesetz zumindest, es ist zwar Kapital irgendwie, aber tatsächlich Einkünfte aus Bitcoin, Ethereum oder so ein Zeugs ist alles keine Kapitaleinkünfte und fällt deswegen so komplett einmal raus und das sind dann, genau, wenn wir nochmal separate Folgen machen zu, ich würde mal sagen, anderen oder Spezialfällen, was Anlage betrifft, auch Peer-to-Peer-Kredite und so, sind so ein bisschen anders Geschichten, das wäre glaube ich nochmal so eine separate Folgen. Ja, auf jeden Fall, das kann man alles entweder gesammelt oder vielleicht auch in separaten Folgen dann nochmal behandeln, aber das ist auf jeden Fall sehr komplex und da gibt es auch immer sehr viele spezielle Konstellationen und auch immer wieder Anpassungen, ich weiß nicht, bei Kryptowährungen ist es ja aktuell noch so mit dem Ein-Jahr-Haltefrist und dann steuerfrei, richtig, oder? Genau, das ist gerade da, also im Einkommenssteuergesetz, also es gelten einfach ganz andere Regeln, weil im Steuergesetz sind es sonstige Einkünfte und keine Kapitaleinkünfte und dadurch gilt halt irgendwie was ganz anderes, aber genau was du sagst mit dieser Ein-Jahre-Haltefrist ist Stand jetzt noch so der Fall, dadurch, dass das ganze Thema noch absolut neu ist, ist da natürlich noch auch relativ viel Bewegung unter Gesetzgeber und man muss sich erstmal überlegen, wie sie denn damit umgehen, ich meine, bisher ist es ganz nett, dass es alles steuerfrei ist, wenn du es länger als ein Jahr hattest. Ja, das wird ja wahrscheinlich, also wenn da irgendwann mal eine Gesetzesänderung kommt, wird das voraussichtlich ja auch so sein, dass das dann erst ab dem nächsten Jahr oder ab dem nächsten Kaufzeitpunkt in Kraft tritt, heißt, wenn ich jetzt aktuell Bitcoin besitze, dann wird das ja nicht rückwirkend auf was anderes als ein Jahr wahrscheinlich laufen, oder? Oder kann man das nicht sagen? Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Okay. Ich kann es wirklich gar nicht so genau sagen, der Gesetzgeber hat durchaus auch schon mal Änderungen erlassen, die rückwirkend gelten. Also die letzten Beispiele zum Beispiel, wir hatten schon darüber gesprochen, das mit den Zinsen in den Stollbescheiden und so, das haben sie tatsächlich auch rückwirkend angepasst. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe natürlich, ja. Im Wohle meiner Bitcoins hoffe ich das. Weißt du zufällig gerade auswendig, wie viel rückwirkend das mit den Zinsen gemacht wurde? Also wurde das auf zehn Jahre rückwirkend? Dann müsste ich auch... Nee, das ist anderthalb Jahre gewesen. Ah, okay. Dann bin ich raus, okay. Nee, du bist safe, wenn du vor fünf oder sechs Jahren redest, ist das alles falsch. Okay. Und dann bleiben wir beim Thema Aktien und ETFs beziehungsweise Kapitalerträge. Es gibt ja den sogenannten Verlusttopf. Da wäre die Frage, vielleicht, dass du einmal kurz erklärst, was ist überhaupt dieser Verlusttopf, also den Standard, den man jetzt sieht bei seinem Broker, wenn man in der Steuerübersicht reinschaut und auch vielleicht, wie kann man das nutzen oder auch mitnehmen ins Folgejahr? Das ist immer für ein Jahr festgesetzt. Kannst du das vielleicht einmal noch kurz ein bisschen umschreiben? Sehr gern. Verluste sind wirklich ein super attraktives Thema. Natürlich macht keiner gerne Verluste, aber wenn man steuerlich damit arbeiten kann, dann kann das tatsächlich sehr attraktiv sein. Wenn dann gerade die Frage von ihm oder ihr die 1.000 Euro Gewinn gemacht hat, zu den Glücklichen gehörte ich letztes Jahr leider nicht. Das heißt, ich habe ein paar Verluste. Das heißt, ich habe gerade beim Himdepot einen ordentlichen Verlustvertrag, von letztem Jahr, Verlustvertrag. Es gibt eigentlich, es gibt eine ganze Reihe an Verlustverrechnungen. Man redet, ich hole mal ein kleines bisschen aus, man redet über horizontale und vertikale Verlustverrechnungen. Vertikal heißt in einem Jahr zwischen unterschiedlichen Einkaufsarten. Das ist das, was ich gesagt habe, zum Beispiel, wenn du selbstständig bist und wenn du angestellt bist, dann kannst du die Einkaufsarten einfach im gleichen Jahr miteinander verrechnen. Das geht leider nicht mit Aktien. Das heißt, wenn ich mit Aktien jetzt 10.000 Euro verliere dieses Jahr, kann ich das nicht mit meinem Angestellten in Tätigkeit verrechnen. Geht leider nicht. Was aber geht, ist quasi eine horizontale Verrechnung. Das heißt, ich kann die 10.000 Euro Verlust, die ich dieses Jahr gemacht habe mit Aktien, kann ich mit den Gewinnen im nächsten und übernächsten und in drei Jahren und wann auch immer verrechnen. Das heißt, ich kann diese Einkunftsart Aktien, das kann ich quasi fortschreiben in die Zukunft und kann dann auch im Folgejahr mit meinen Einnahmen verrechnen. Das heißt, ich muss diesen Sparer-Pausch-Betrag überhaupt gar nicht erst anfassen. Ich benutze erst mal quasi die Verluste, die ich aufgelaufen habe und habe dadurch natürlich im nächsten Jahr viel mehr steuerfrei. Deswegen, es war jetzt für mich letztes Jahr sehr schmerzhaft, wenn ich bei mir ins Depot gucke, sind ungefähr 5.500 Euro Verluste für letztes Jahr. War natürlich schmerzhaft letztes Jahr. Für dieses Jahr freue ich mich jetzt, weil ich habe nicht nur die 801 Euro, sondern ich habe auch noch die 5.500 Euro, die ich Verlust aufbrauchen kann. Und insgesamt, wenn ihr ins Depot guckt, solltet ihr 2 oder 3 unterschiedliche Verlusttöpfe sehen. Und zwar ist es einmal der Topf für die realisierten Verluste aus Aktien. Es ist so der Aktienverlusttopf und andere Verluste, zum Beispiel aus Fonds, ETFs, aber auch Zertifikaten, Dividenden und so weiter. Da gibt es noch einen sonstigen Verlusttopf. Das heißt, wenn ihr jetzt aus ETFs und Fonds generell Verluste gemacht habt, gibt es nochmal einen sonstigen Verlusttopf, die leider auch nicht sich gegenseitig ausrechnen dürfen. Ja, okay. Das heißt, mit Dividenden, also wenn ich jetzt super viele Dividenden bekomme, ich bin ja auch eher so der Dividenden-Fan, dann kann ich, wenn ich Aktien mit Verlust verkaufe, die Dividenden nicht gegenrechnen mit diesen, ja, okay. Leider nicht, aber ETFs. Also wenn du ETFs mit Verlust verkaufst und das kannst du dann mit Dividenden verrechnen. Das Einzige, was geht, und da wird es leider schon wieder ein bisschen komplex, wenn du Aktiengewinne machst, darfst du beide Töpfe, also Gewinne machst, dann darfst du beide Töpfe ausgleichen. Das heißt, wenn du mit Aktien Gewinne gemacht hast, darfst du sowohl den sonstigen Verlusttopf erstmal ausgleichen und den Aktienverlusttopf. Bei ein paar Brokern gibt es noch einen dritten, es gibt auch noch ein paar mehr, aber es gibt auch für ausländische Quellensteuer auch noch einen Verrechnungstopf, der unter Umständen auch mal im Minus sein kann, ist aber seltener. Ich muss auch ganz ehrlicherweise sagen, ich habe Säden bei mir im Depot nicht, aber ich weiß, dass Depots gibt, wo es auch noch einen Topf gibt für ausländische Quellensteuer. Ja, ich glaube, bei mir wird, also bei Comdirect wird der auf jeden Fall auch angezeigt, da habe ich das schon mal gesehen, ja. Zum Thema Verlusttopf, noch eine Frage, kann man diesen Verlusttopf mitnehmen zu einem anderen Broker? Also das heißt, wenn man einen Depotwechsel zum Beispiel macht, sagen wir, wir gehen von Trade Republic, wechseln wir zu Scalable Capital, haben bei Trade Republic aber schon einen Verlusttopf von minus 5000 Euro, können wir den dann übertragen, dass wir ihn quasi bei Scalable dann nutzen können? Also grundsätzlich ja, gerade wenn du umziehst, also wenn du einen Topf nimmst und, also nicht einen Topf, ein Depot nimmst und das quasi auf ein komplett neues Depot überträgst, also das heißt, dass die Wertpapiere wirklich neu eingebucht werden im neuen Depot, dann kannst du das mitnehmen quasi. da gibt es meistens irgendwie so ein Formular, das ist meistens nichts, was man irgendwie im Menü findet, sondern da muss man sich meistens an den Support wenden von dem Broker. Es gibt auch, grundsätzlich empfehle ich das sowieso, wenn ihr überlegt, ob man das verteilen kann, also wenn ihr eure Einkommen quasi verteilt, könnt ihr euch in den Depots, in denen ihr Verluste gemacht habt, könnt ihr so eine Verlustbescheinigung beantragen beim Broker und da könnt ihr das dann auch drin machen. Wenn das, also was leider nicht geht, ist zum Beispiel, das ist bei mir tatsächlich auch der Fall, ich habe zwei Depots, in einem habe ich Gewinn gemacht, in einem anderen Verlust, ich kann jetzt nicht am Jahresende das einfach, keine Ahnung, 3000 Euro von dem einen Verlust ins andere übertragen, so teilweise nur das übertragen, das heißt, bei einem Umzug gar kein Problem, aber ich kann das jetzt nicht im Depot einfach mal ein tausender Verlust aufs andere Depot schieben. Okay, ja, das wäre auch die nächste Frage. Ja, wenn ich die Verlustbescheinigung vom Broker habe, kann ich es auch da vollkommen unbelassen, kann ich eine Steuererklärung machen und kann da die Verlustbescheinigung mit reinpacken und wenn ich dann das in die Steuererklärung packe und dann mache ich es mit der Steuererklärung quasi zusammen, verrechne ich das, dass das wäre denn möglich, da könnte ich jetzt mein Scalable und mein Traded Public Depot, Traded Public Public im Minus, Scalable im Plus, könnte ich zusammen angeben und dann könnte ich es da verrechnen. Das wäre möglich, ist ehrlicherweise auch in dem Fall meistens ja eher ein Thema für, ich will jetzt nicht Traders haben, aber doch sehr aktive Investoren, die dann auch im Jahr häufiger machen, weil noch ein Reminder ist, es gilt halt alles nur für realisierte Gewinne und Verluste. Die Kursgewinne, die nicht realisiert sind, die sind ja vollkommen egal. Was vielleicht noch interessant ist, gerade wenn man umzieht, man kann diese Töpfe, also ich habe ja drei Töpfe genannt, die könnte man aber tatsächlich auch auf mehrere verteilen. Wenn ich jetzt alles in einem habe, bei Trade Republic kann ich ja ETFs kaufen und Aktien kaufen und Kryptowährungen kaufen und alles mögliche, Zertifikate und all sonst was. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will das mal ein bisschen aufräumen und ich will das mal trennen, dann könnte ich beispielsweise in neue Depots gehen und sagen, ich will ein reines Aktiendepot und ein reines ETF-Depot haben und da könnte ich zum Beispiel den Verrechnungstopf für Aktien zum einen Depot mitnehmen und den anderen sonstigen Verrechnungstopf, den nehme ich quasi in mein ETF-Depot. Das wäre zum Beispiel möglich. Ja, und vielleicht noch die abschließende Frage oder eine letzte Frage noch so zum Thema Jahresabschluss, also dass man sich einmal am Ende vom Jahr nochmal einen Überblick verschafft, was ist dieses Jahr so gewesen mit Aktien und ETFs, Gewinne, Verluste. Da würdest du da sagen, dass man gerade jetzt im Dezember vielleicht einmal eine Überprüfung machen sollte und vielleicht auch was verkaufen sollte, wenn man jetzt den Freibetrag zum Beispiel noch nicht ausgeschöpft hatte? Ja, es ist sowieso, das sollte zur Routine eines jeden Investors sein, egal ob aktiv oder passiv oder sowas, sollte man sich im Dezember mal sein Depot genauer anschauen und die Positionen, die drin sind, da gibt es nämlich so ein paar Sachen, die man machen sollte. Ich habe gesagt, bei mir liegt es bei minus 5,5 letztes Jahr. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Performance war gar nicht so wahnsinnig schlecht, aber weil es quasi realisierte Gewinne und Verluste nur geht, ist es beispielsweise ja möglich, dass ich eine Aktie, die jetzt gerade super im Sinkflug ist und ich da einen großen Verlust Stand jetzt habe, die kann ich verkaufen, realisiere damit einen Verlust und kann ich sofort zum gleichen Preis wieder kaufen, klar habe ich ein bisschen Kosten, also die Transaktionsgebühren und den Spread, den ich eventuell bezahle und so weiter, aber ich habe diesen Verlust dann realisiert, den ich mit anderen Gewinnen verrechnen könnte in dem Jahr und wenn ich sie in dem Jahr nicht verrechnen kann, kann ich sie mitnehmen. Aber auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren rund um Corona gab es ja durchaus einige Turbulenzen und Auf und Abs und es ist grundsätzlich nicht doof, wenn eine Aktie oder eine Position mal sehr im roten Bereich ist, sie einfach nur mal ganz schnell zu verkaufen und wieder zu kaufen für den gleichen Preis. Man hat die Aktie, die Position nach wie vor im Depot, man hat aber halt mal Verluste realisiert, die man verrechnen kann und die Gewinne, die würde ich halt einfach immer weiterlaufen lassen, dann muss man erst Steuern zahlen. Man baut aber, also so baue ich persönlich halt immer meinen Verlustverrechnungstopf immer weiter auf und kann dann halt in der Höhe dann immer die, genau, die Gewinne machen, ohne Steuern zu zahlen. Das geht grundsätzlich immer und was zusätzlich nochmal interessant ist, ist natürlich, wenn ich auch positive Gewinne, also positive Entwicklung habe, zum Beispiel auch bei ETFs, wenn ich da, es gibt ja ausschüttende ETFs und thesaurierende, bei ausschüttenden kriege ich ja laufend irgendwie die Dividenden und nutze sowieso diesen Sparerpauschbetrag, diesen Freibetrag von 801 Euro bei 1000 Euro, den nutze ich ja sowieso schon so ein bisschen durch die Dividenden aus, je nachdem, wie viele Einnahmen ich da habe. Wenn ich jetzt aber einen habe, der nicht ausschüttet, könnte ich auch jedes Jahr im Gezember hingehen und genau so viel verkaufen, dass ich halt 800, ungefähr 800 Euro Gewinne realisiere, dann sind die in den Sparerpauschbetrag, dann habe ich das verkauft und kann es ja sofort wieder kaufen, habe aber schon mal 800 Euro quasi Steuern gespart, weil diese 800 Euro oder 801 Euro, die verfallen halt jedes Jahr wieder. Das heißt, wenn ich das jetzt am 31.12. habe ich 800 Euro und am 1. Januar habe ich wieder 801 Euro, egal ob ich die letztes Jahr genutzt habe oder nicht. Deswegen ergibt es schon am Jahresende Sinn, dass man sich mal überlegt und den Sparerpauschbetrag einfach ausnutzt. Das heißt, auch bei den positiven Positionen und das kann ja auch nur so, geht bei einigen Brokern, dass man ja nur so Teilaktien oder Teil-ETFs und so weiter verkauft, dass man halt so eng wie möglich nur an die 801 Euro drankommt und quasi zumindest die steuerfreien Einnahmen, für die sie ja mitnimmt und jeder, der nicht rausgehen will aus der Position, einfach sofort wieder kaufen, dann hat man sie nach wie vor im Depot, hat aber halt ein bisschen höheren Einkaufswert und dadurch ein bisschen mehr Steuerfreigabe. Ja, das ist ein guter Tipp. Also ich bin da auch selbst so Fan davon, dass man vielleicht, wenn man jetzt gerade anfängt mit dem Thema, erst mal einen ETF nimmt, der ausschüttet, bis man dann zumindest diese 801 Euro ungefähr jedes Jahr ausnutzt und dann umsteigt auf einen Thesaurierenden. Also das ist so mein, oder finde ich persönlich, besser, weil man dann sich quasi das spart mit diesem extra verkaufen und wieder kaufen. Ja, genau. Aber kann man durchaus auch so machen, klar. Es ist eben, es ist nicht kostenlos, muss man dazu sagen, weil es ist je nachdem, welches Depot man hat, die Ordergebühren kosten ein bisschen was und auch der Spread ist ja nicht ohne. Das heißt, es kostet schon immer was. Das heißt, ich persönlich habe da auch immer für mich so eine Excel-Liste, wo ich ausrechne, okay, wie sieht es gerade aus und wie viel kostet mich das denn tatsächlich, wenn ich das verkaufe und wieder kaufe, so ein bisschen, ich würde mal sagen, Transaktionskosten entstehen da immer. Die kann man natürlich einfach vollkommen vermeiden, wenn man es so macht, wie du sagst, dass man sagt, man geht erst auf die Ausschüttenden, bis man ungefähr bei dem Sparer-Pauschbetrag ist und danach an die Nicht-Ausschüttenden. Ja, okay. So, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gesprochen und es gibt immer noch so viele offene Fragen, aber erstmal vielen Dank für die ganzen super tollen Infos. Also war jetzt auch für mich echt ein bisschen was Neues hier und da, zum Beispiel das Thema, dass man die ETFs und die Dividenden miteinander matchen kann. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, und ich hoffe, dass wir noch einige spannende weitere Folgen aufnehmen können in Zukunft. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt, gerne schreiben. Melchior ist bestimmt bereit, die in der nächsten Folge dann zu beantworten. Sehr gerne. Ja, dann vielleicht hast du noch ein kurzes Schlusswort und damit würden wir die Folge dann beenden. So viel gar nicht. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin natürlich selbstverständlich gerne auch in Zukunft gerne dabei. Für alle Selbstständigen sowieso, ich empfehle jedem nebenbei selbstständig zu sein. Selbstständig zu machen, das gehört sich, ich finde immer so, zu investieren ist so der erste Schritt, die eigene Verantwortung für das eigene Leben und die Zukunft zu übernehmen. Selbstständigkeit ist dann der nächste. Für alle, die selbstständig sind, schaut unbedingt auch mal bei Kontos oder Kontos-Steuerberatung vorbei. Gerne halt auch einfach auf YouTube erstmal die Videos anschauen und so weiter. Ganz so schlimm, wie viele erzählen, ist es nämlich gar nicht. Es gibt doch eine ganze Menge Freiheit im Leben. Lisa kann das bestimmt bestätigen und ansonsten freue ich mich auf die nächste gemeinsame Folge. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Und damit endet auch die heutige Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr bis zum Ende dabei seid, nochmal ganz besonders und auch nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt oder euch eine Folge besonders gefallen hat, teilt die gerne mit euren Freunden, mit euren Bekannten, vielleicht auch zum Thema Steuern, weil ihr das Thema sowieso schon mal neulich besprochen hattet und hier die eine oder andere Anregung zu finden war in der Folge und bewertet auch gerne den Aktiengramm-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.